Hallo zusammen, hier ist wieder der Tela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus Patch 10.2.5. Und zwar haben wir da einmal das Achievement, wenn ein Stein einfach nur ein Stein ist. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Sammelt mit Roska, während ihr im Auftrag des Archivs von Azeroth an den Ausgrabungsstätten auf den Drachneninseln nach Artefakten buddelt. Und da brauchen wir insgesamt 10 Stück, also 10 so Steine müssen wir besorgen. Und ja, das Ganze hier ist Battle.net Account gebunden. Ihr könnt es mit mehreren Chars machen theoretisch oder ihr zieht es mit einem durch. Und ich will euch jetzt einen kleinen Trick zeigen, gleich bei der Intro-Quest. Das hier sind einfach diese Items, die wir brauchen, nur ein Stein. Und ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich hier ein bisschen über der Akademie von Algeta. Und zwar hier auf den Koordinaten 61.30. Und dort, ja, haben wir auch diese neue Fraktion. Dementsprechend hier unten in dem Turm, also oben ist diese Plattform, wo ihr in dem Dungeon rumlauft. Und hier unten an dem Turm haben wir dann auch hier den Händler, beziehungsweise die Ruf-Fraktion. Und hier links haben wir zwei NPCs. Und das sind gleich die Startquests. Und jetzt ist wichtig, dass wir hier von Roska die erste Quest annehmen. Und dafür müssen wir nämlich so einen kleinen Übungsparcours machen. Das werden wir dann später auch brauchen. Und hier können wir ein bisschen was cheesen, wie ihr direkt hier das Achievement fertig machen könnt. Normalerweise habt ihr da nur einen Stein, wenn ihr diesen Übungsparcours einmal spielt. Und müsst die anderen quasi später holen oder mit anderen Twinks. Wir können das aber ein bisschen austricksen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie. Also wir müssen als allererstes hier unser Totem hinstellen. Dann quatschen wir mit ihr einmal. Die erzählt uns die Story vom Pferd. Und danach haben wir hier hinten, seht ihr, kommt so eine Fontäne hoch. Wir stellen unser Totem nochmal hin. Klicken das einmal an. Irgendwann sind wir manchmal wissen nicht so ganz. Klicken wir es nochmal an. So, dann haben wir den ersten Fund. Jetzt machen wir das auf. Und ihr seht, wir kriegen den Stein raus. Und der Counter geht hier hoch. So, jetzt müssten wir eigentlich die Quest weitermachen. Oder ihr macht das mit, wie ich, mit Trick 17. Geht her, brecht diese Quest ab. Dann steht der NPC wieder da. Nehmt es wieder an. Und macht dasselbe gleich nochmal. Und ich habe das jetzt schon neunmal gemacht. Also eben war das neunte Mal. Jetzt machen wir das hier das zehnte Mal. Und dann habt ihr euer Achievement sofort fertig. Ihr könnt natürlich das auch auf dem normalen Weg machen. Und das dann nach und nach mit verschiedenen Twings fertig machen. Oder ich vermute mal später gibt es eine Quest oder World Quest, wo ihr euch quasi auch diese Steine holen könnt. Ja, das müsst ihr halt selber wissen, ob ihr darauf warten wollt. Oder ob ihr, wie ich das mache, hier so ein bisschen gecheesst, dass ihr dementsprechend da nach ein paar Minuten direkt mit dem Achievement fertig seid. Genau. Jetzt machen wir das einfach nochmal. Haben wieder das Totem hingestellt. Sich angequatscht. Die Fontäne entsteht. Wir stellen wieder unser Totem daneben. Klicken das einmal an. Und dann müsste unser vollemental das Ding wieder quasi hier anschießen. Okay, diesmal können wir es nicht anklicken. Manchmal ist es so, dass ihr es nicht beim ersten Mal anklicken könnt. Warum auch immer. Seht ihr, da geht irgendwie nichts. Dann müssen wir einfach quasi beim zweiten nochmal probieren. Das macht er insgesamt, oder sie besser gesagt, macht das dreimal. Oh, okay, beim zweiten Mal kommt ein Mob raus. Manchmal ist es auch schon bei mir so gewesen, dass aus allen drei nichts rauskommt. Also das kann auch passieren. Heißt, wenn das bei euch der Fall ist, nicht wundern. Das ist gar kein Stress. Wenn nichts drin ist, dann müsst ihr halt eine Ehrenrunde drehen und eine Quest quasi dann zweimal abbrechen. Ist jetzt aber auch nicht wild. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier drin ist. Wichtig, Quest dürft ihr nicht abgeben. Nee, ich kann es nicht anklicken. Heißt, jetzt gehen wir einfach wieder her, brechen das Ding ab und müssen es halt nochmal machen. Ja, hilft ja nichts. Also heißt wieder rein. Quest annehmen und dann das Spielchen von vorne. So. Einen Ticken dauert es immer, ne? Wenn ihr es ein paar Mal, wie ich jetzt gemacht habt, ist es natürlich schon immer ein bisschen gewartet, bis es wieder rausläuft und den ganzen Dialog abgelassen hat. Aber ich denke mal, so ist die schnellste Möglichkeit, halbwegs zügig ins Achievement reinzukommen und nicht ein paar Wochen warten zu müssen. Gut, dann stellen wir wieder Totem auf. Gut, dann quatschen sie nochmal an. Na, ich bin nicht ganz sicher, ob man sie erstmal ranlaufen lassen sollte. Nicht, dass das auch vielleicht dafür sorgt, dass man dann den Erdhaufen nicht anklicken kann. So, dann entmächtigen wir den Erdinventar nochmal und jetzt hoffen wir mal, dass es hier beim ersten Mal klappt. Ja, jetzt kann man anklicken. Und tada, da haben wir das Achievement und sind dann einmal mit dem Ding durch. Juti, das war's eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Euer Tillar, bis dahin. Ciao.